Der Fotograf Eberlir ist am Steuer. Jetzt wird das Ende da vorne. Es ist hervorragendes Wetter. Das Schiff ist bis jetzt schadlos. Ein Alkohol-Test machen mit dem Eberlir. Sehr schönes Spot. Es ist ein wunderschönes Spot. Ich leide dich ein bisschen. Schon? Ja. Das Gräume höre Track. So ist es sehr schön. In Deutschland haben wir��ten den Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jetzt kann man wieder etwas hochziehen hier. Ja. Okay. Roger, lebst du noch? Ja.